yo leute was geht ab herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal und ja ihr seht bereits im titel wir suchen dich ich habe jetzt einen neuen clan erstellt also an alle die sich fragen was mit lukas ist er ist natürlich auch direkt im clan hat das member und nicht als owner aber ist direkt im clan und er hilft mir auch beim discord und ja also nicht fragen es ist nichts gegen lukas schon mal vorneweg und er kann es auch gerne in den kommentaren bestätigen damit alle auf dem stand sind und ja nämlich seht ihr es bereits im titel unser clan heißt nobility clan und ja wie ihr euch dafür bewerben könnt ihr werden später gleich streamen also ich werde streamen mit michael zusammen er ist auch bereits im clan lennox auch also wir sind zu viert schon mal drin und ja nämlich müsst ihr ein bewerbungsvideo machen indem ihr hashtag nobility clan schreibt also einfach hashtag nobility clan schreiben im titel und uns das dann in den kommentaren oder während einem live stream melden dass ihr ein video gemacht habt um in meinen clan zu kommen und wenn ihr dann das video habt dann könnt ihr wie gesagt sagen dann reagiere ich drauf ich werde heute noch streamen also könnt auch gerne da vorbeischauen ihr könnt auch gerne schon da ein video präsentieren von euch also ja wie ihr wollt ich erwarte videos mit guter qualität mit guter aufnahme qualität um in den klären zu kommen müssen natürlich eine gute audio qualität haben und auch eines eine bestimmte scrims erfahrung haben ihr könnt natürlich jetzt nicht einfach nur nehmen also nicht wissen wie scrims funktioniert und so weiter also scrims mäßig müsst ihr euch schon auskennt und ja auch bereit sein bei preisgeld turnieren mitzumachen und auch zuverlässig sein und wirklich aktiv sein das sind so die voraussetzungen ich möchte ein gutes bewerbungsvideo wo auch viel liebe und mühe drin steckt nicht einfach ein video was man in zwei drei runden aufnimmt sondern ein gutes highlight video und ja die bewerbungsphase dauert jetzt mal erst mal fünf wochen ihr habt jetzt fünf wochen zeit ihr könnt mir immer schreiben falls ihr ein video gemacht habt ich werde so schnell wie möglich reagieren und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen falls ihr beim stream vorbeischaut macht's gut leute haut rein und ciao